Dienstag, 18. Juni 2019, kurz vor 20 Uhr. Ich bin hier hinten am Boot. So, hier bei der Volle ist ein abgesperrter Bereich. Was ich jetzt ran zugehe, ist wo diese Bühne stand. Spargassen Arena. Als nächstes geht es jetzt in den Schildepark. Doch, Schildepark. Zum Schluss, Samarplatz. So, jetzt sind wir hier im Schildepark. Wir haben eigentlich noch das Plakat für einen Shuttlebus, der aber nicht mal angefahren hat. Bei Hessenthal ist es ja vorbei. Hier steht das Riesenrand, wenn ihr euch einmal erinnert. Da steht noch ein Auto vom Hessischen Rundfunk. Der blaue Deppich ist weg. Und der Auto, der wäre nicht da. Und das Auto ist weg. Die beiden Silumen stehen noch. Da war leichter Teppich. Die Polis sind weg. Da steht noch. Das Schilder steht noch. Die Schilder stehen noch. Und am Bahnhof ist nun schön. So, kurz vor der Stadthalle ist noch hier die Hütte zu sehen, wo die direkte Fangenkasse der AWK ist. Da war, da ist noch ein Deppich zu sehen. Hier hinten war der Stadthalle. 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 So, hier gibt es das Bier und so, und hier wo der Frapp-Stand, den Aufwölde-Bus-Hallstädten. So, hier wo der Frapp-Stand, den Aufwölde-Bus-Hallstädten. So, hier wo der Frapp-Stand, den Aufwölde-Bus-Hallstädten, den Aufwölde-Bus-Hallstädten, den Aufwölde-Bus-Hallstädten. So, jetzt geht es mal ins Weinhof. So, außer da hinten, wo ich jetzt ran zoome, der VIP-Bereich, der Feuerbank, ist alles zu mir geräumt. Okay, Toiletten, stehen da. Das heißt, ich könnte jetzt mal gucken, ob beim Falkenheim was ist. Hier der Platz, wo der Aufwölder von DSK Sicherheit war. Diese eigenartigen Siegertammer. So, quasi Folgenheim hier. Da will ich die auch nicht jetzt gerade finden. Da muss ich das ständig spielen. Was ist der Stad? Da werden wir das heute runterlaufen. Der verlassert Bierhaus schon. Ich hoffe nichts zu sehen ist. Jetzt gehts aufm Marktplatz. Marktplatz. Dafür ist es schon zu toll. Die Feuerstelle ist frei. 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 Zugang TemperTH. So, jetzt kommt der ultimative Test, ob da wirklich ein halber Liter reingeht, dazu nehme ich natürlich die hier, so, ist ja deutlich zu erkennen, da ist eine Schaumkrone oben drauf, scheint also zu stumm mit einem halben Liter, eher was mehr, passt rein. Und dann zum Boden, Prost.